So, ich sag jetzt gar nichts mehr zur Piratenpartei, weil mit der Piratenpartei ist es genauso wie mit Angela Merkel, man kann nur das Falsche machen. Ist doch so, Angela Merkel kann man auch nicht kritisieren. Da will man sie kritisieren, weil sie Atomkraftwerke unterstützt und was ist, zwei Tage später will sie den Ausstieg aus der Kernkraftenergie. Nein, zu solchen Leuten sagt man am besten gar nichts, man sieht am Ende immer aus wie der Dumme. Das mache ich nicht mehr. Könnt ihr lange warten. Tschüss!